Ärger, die sind Ärger, Ärger voll, neugierend macht zu. Die im Rocket Car laufen Ärger nicht, sonst ärgerlos durch. Ärger, die sind Ärger, heut holen wir uns mit dazu. Die im Rocket Law laufen Ärger nicht, sonst ärgerlos durch. Ärger, die sind Ärger, Ärger voll, neugierend macht zu. Die im Rocket Car, den Rocket Laws, wir lächeln schnell in den Fall. RTL 2 Gleich geht's weiter mit den Pokémon World Championships. Werbung! Ja, schieß hierher, ich hab ihn! Guck mal, seine Füße qualmen, ja! Schutz in diese Schuhe, diese Hitze und dieser Gestank. Hallo, ich bin Magic Georgs und hier ist die Lösung. Georgs, der Schuh, der atmet. Ich hab die Gummisohle perforiert und meine Membran eingelegt, die schwarz durchlässt, aber gleichzeitig wasserdicht ist. Versuch's! Danke! Oh, es war alles nur ein Traum. Aber zum Glück sind meine Georgs echt. Georgs, der Schuh, der atmet. RTL 2 präsentiert Bravo Super Show 2001. mit Outkast, Sugar Babes und ATC. Das Beste aus der Show und den Charts mit Britney Spears und Modern Talking. Gewinner, Top-Hits, Superstars mit Jeannette und Prezioso. Bravo Super Show 2001, die Doppel-CD. Gute Besserung, Shelly. Shelly kommt von der Schule. Sie hat die Windpocken, oh je. Shelly fühlt sich krank, sie braucht nicht sehr. Wir essen ihr Bettchen und nen Teddybär. Alles wird gut, keine Windpocken mehr. Hey! Gute Besserung, Shelly, braucht dich so sehr. Auf zur Schule. So süß, so lieb ist Shelly. Und das sind Shellys Freunde zum Spielen und Sammeln. Die gibt's nur von Barbie. I wanna be dear. Voll Bingo 4 ist da. Mit den A-Teams und Gigi D'Agostino. Voll Bingo ist einfach besser. Mit ATC. Kylie Minogue. DJ Bobo. Und OPM. Die kickt alles weg. Mit niemand. Voll Bingo 4. Einfach mehr für dich drin. Disney's Susi und Strolch Teil 2 gibt's jetzt nur auf Video und DVD. Und auch McDonald's ist auf den Hund gekommen. Einer von den ersten vier Vierbeinern, jetzt mit jedem Happy Meal. Wow! Top of the Pops. Dein Magazin, jetzt im neuen Look. Mehr Stars. Mehr Themen. Mehr Extras. The new Top of the Pops Magazine. Check it out. Heute früh im Tummel haben wir fern geschaut. Da hat ein Dino unser Frühstück geklaut. Da waren wir sofort auf Dinosaurierjagd. Und haben eben die Schokokrispies weggeschnappt. Schokokrispies sind so schokoladig, dass die Milch zum Kakao wird. Am aller aller Leibsten esse ich Schokokrispies. Dinosaurier, wie sie wirklich waren, erfährst du auf 24 Cyberkarts mit 3D-Effekt. Zum Sammeln und Spielen. Jetzt in ganz vielen Kellogs-Packungen. In Ruhe arbeiten und dabei sein Geld für sich arbeiten lassen. Postbank Global Optimix. Der Aktivfonds, der aus jedem Börsentrend das Beste macht. Jetzt zeichnen. Don Vito. Benvenuto. Die beste Tropfen für Don Vito. Was ist das? Schmeckt total verminzt, Luigi. Du hast Don Vito zu scharf verminze gegeben. Idiota. Tja, zu scharf, es kann den Geschmack verminzen. Ganz anders. Tic Tac mit der Carmanola-Mitze. Erfrischt den Atem auf milde Art. Carmanola. Tic Tac und alles schmeckt, wie es schmecken soll. Die Oma. Hallo. Ja, was ist denn das? Dabei habe ich gerade erst sauber gemacht. Dafür habe ich was ganz Neues. Sidolin feuchte Reinigungstücher. Für streifenfreie Sauberkeit zwischendurch. Streifenfrei sauber. Und das schneller, als du malen kannst. Neu Sidolin feuchte Reinigungstücher. Streifenfrei sauber mit Sidolin. Und nun der Prinzen-Twist. Oh, Creme. Lecker, lecker. Oui, ha. Prinzen. Außen gut, innen besser. Jetzt gibt's was ganz Neues. Den flüssigen 00WC-Kraftspüler mit der ausziehbaren Dosierplattform. Durch die ausziehbare Dosierplattform bringt der 00WC-Kraftspüler die Reinigungsflüssigkeit nah unter den Rand. So bleibt der WC auch nahe dem Rand hygienisch frisch. Der neue 00WC-Kraftspüler. Und am Rand im WC ist alles okay. Endlich, Agenten. Die Geheimnisse der Ü-Eier. Habt ihr sie alle? Die Spaceys ja, aber das Phänomen geht weiter. Wie weiter? Nun ja, wir blicken nicht ganz durch. Wir stoßen ständig auf Neues. Es ist ein großes galaktisches Rätsel. Schon wieder eine neue Überraschung. Das ist schon Nummer 176. Das einzig Konstante ist diese Schokolade. Da draußen muss es ein Einfallsreich geben. Die ungelösten Geheimnisse der Kinderüberraschung werden jemals alle entdeckt. Jetzt bei Burger King, the heavyweight champion, der Big King. Ungeschlagen mit Doppelkäse, knackigem Salat und leckerer King-Soße. Nur jetzt für knallharte 3,99. Burger King, weil's besser schmeckt. Steht mal wieder keiner auf? Da müssen wir wohl ein bisschen nachhelfen. Eins, zwei, drei. Rötchenbacken ist keine Zorderei. Kann ich sie schon wecken? Die kommen schon von ganz allein. Halt! Erst die schöne Bäcke. Selbstgebacken. Da geht nichts drüber. Knack und Back von Pillsbury. Nur selbstgebacken schmeckt so ofenfisch lecker. Neu von Pillsbury. Tiefgefrorene Laugenstangen und Brezeln zum Aufbacken. Werbung Ende! Aieieieieiei! Aieieieiei! 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 Aieieiei! Aieieiei! Powered by A2 2. Aieieieiei! Deinetwegen hätte ich mich fast mit meiner eigenen Knarra... Oha, Vater! Sie sind dumm wie Brot. Wir machen keinen Ausflug nach Disneyland! Wir arbeiten! Sie haben Glück... wie Oscar. Nichts Verfluchter! Meine Kiste! Sie sind bekloppter als die Polizei erlaubt. So muss doch mal Möglichkeit geben, diese Kiste wiederzuerkennen. Sind das die Hunde von Maradona oder was? Das sind doch keine Wurden. Das ist unmöglich. Christopher Lombert. Was ist denn das für Köter? Morgen 13.45 Uhr bei ATL 2. Die Dumpfbacken-Gang. Pokémon! Schnapp sie dir! Komm und schnapp sie dir! Pokémon! Nachdem die europäischen Meisterschaften erfolgreich über die Bühne gegangen sind, schauen wir jetzt nach Australien. Ich schnapp sie dir! Immer auf, schnapp sie dir! Auch auf! Ich schnapp sie dir! Was. Sombow.